Hallo, wir wollen euch in diesem Video kurz erklären, worum es in unserer Kampagne geht und weshalb wir eure Unterstützung für ScienceData brauchen. Dazu haben wir euch im Vorfeld gefragt, was ihr denn von ScienceData haltet. Doch jetzt wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Wer ist das ScienceData-Team? Ich darf anfangen. Ich bin Thorsten, Projektleiter von ScienceData und euer Ansprechpartner, wenn es um grundlegende Anfragen, Kooperationen, Interviews und Vorträge geht. Ich bin Johanna. Wenn ihr Fragen zu euren Projekten habt, bin ich eure Ansprechpartnerin. Ich bin Markus und ich bin der Ideengeber für ScienceData. Keine fünf Meter von hier ist vor gut zwei Jahren die Idee für eine deutsche Crowdfunding-Plattform für Wissenschaftsprojekte entstanden. Und nebenbei bin ich auch noch der Chef für Wissenschaft im Dialog. Vor etwas mehr als zwei Jahren sind wir mit ScienceData an den Start gegangen. In diesen zwei Jahren haben wir gelernt, dass ScienceData die Wissenschaft erlebbarer, begreifbarer, emotionaler und vor allem auch demokratischer macht. 30 Projekte wurden mit über 200.000 Euro erfolgreich von der Crowd finanziert. Viele Nachwuchswissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen konnten somit ihre wissenschaftlichen Projektideen erst realisieren. ScienceData ist Open Science. Es öffnet den Wissenschaftsprozess und macht die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung transparent. Es ist schnell, ihr wisst nach maximal drei Monaten, ob euer Projekt und eure Idee erfolgreich finanziert wurde und ihr geht keine Risiken ein, weil die Plattform vollkommen kostenfrei für euch ist. Mindestens 12.000 Euro brauchen wir, um die Plattform weiter betreiben zu können. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt spenden, unterstützen oder sogar Plattformpartner werden. Für eure Unterstützung haben wir uns natürlich auch ein paar Dankeschöns ausgedacht. Mit 15 Euro geht's los und bei 35 Euro könnt ihr einen Tag ScienceData finanzieren. Für 100 Euro gehen wir mit euch ein Trinken in Berlin. Für 400 Euro kochen wir sogar für euch. Und für 1.000 Euro werdet ihr Wall of Fame Sponsor. Und für 10.000 Euro werdet ihr Partner der Plattform ScienceData. Jetzt wisst ihr, worum es in unserer Kampagne geht. Jetzt liebt es an euch. Unterstützt uns und unterstützt ScienceData und damit Crowdfunding für die Wissenschaft in Deutschland. Erzählt es weiter, sagt es euren Freunden, euren Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, wenn ihr von dieser Idee überzeugt seid und ermöglicht uns damit, diese Plattform weiter betreiben zu können. Wir zählen auch euch. Wir zählen auch euch.